Yo moin Leute, willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in der Höhle auf der Suche nach so allerhand Zeugs, Kohle, Eisen etc. Wie ihr seht habe ich die Minimap wieder am Schnitzel und dazu noch einige andere Mods, wie zum Beispiel Optifine, da haben wir ein kleines Fernglas bei. Und außerdem habe ich mir den Timmermord drauf gezogen. Das heißt, das Holz abbauen wird nicht mehr so eine Qual sein. Und ich überlege gerade, wo laufe ich eigentlich lang? Wo ging es hier raus? Ja, ich glaube hier. Soweit ich mich erinnere, sind wir ja sowieso den Berg runtergefallen. Nein, Kohle, lass ich da jetzt einfach mal liegen. Ja, wir sind glaube ich den Berg runtergefallen. Das heißt, wir müssen uns glaube ich so oder so wieder nach oben graben. Aber da muss man erstmal hinkommen. Gehen wir mal weiter. Schön im Berg hier in Herrif. So, weiter, 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 weiter. Hier war glaube ich eine Sackgasse. Na, jawoll. Mann ey. Dann müssen wir hier lang. Ich hab mich verlaufen. In so einer Mini-Höhle. Gehen wir jetzt auch nochmal hoch. Ich war eine Spinne. War das hier? Hier, hier, hier. Und dann da. Und dann hier. Und dann so. Und dann hier. Und dann links. Und dann rechts. Hier war der Sporner. Aber wir sind aus der Richtung gekommen. Also müssen wir theoretisch da lang. Glaube ich. Ja, da ist es. Ja, das Schöne ist, die Mini-Map ist wieder da. Das heißt, wir finden auch wieder zurück. Äh, ist das vielleicht schon gepaaten? Nein. Sieht nur so aus. Das ist klar. Dann nehmen wir mal einen Berg wieder rauf. Und hier lang und da lang. Gut. Nein. Mann. Wollt ihr auch noch? Schön mitnehmen. Ja, ein paar schöne Fresserchen für zu Hause haben. Abbi, abbi. So, der Pfeil direkt in die Richtung. Nehmen wir das mal gleich in andere. Und wir rufen mal los. Schweinchen. Schweinchen. Hühnchen. So, dann schauen wir mal. Mach mal nach Hause. Unterwegs nehmen wir vielleicht noch den einen oder anderen Baum mit. Gut, lassen wir jetzt einfach mal. Au. Das tut doch weh. So, so. So. Lauf schneller. Noch schneller. Und bergsteigen. 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 Ach, ist das schön. Wir finden wieder nach Hause. Das ist einfach toll. Mal ein bisschen die Bergluft genießen. Macht's da schön. So, reicht. So. Hier. Nix. Nix ist immer gut. Davon haben wir eine Menge. Hm. Oh oh, komm noch nie wieder runter, doch hier, so und dann gehen wir wieder oben, da, so und ab nach Hause und Bäumchen mitnehmen, zack, so das ist der Timmermatt oder die Timmermatt und ja, die sorgt einfach dafür, dass der Baum ein bisschen realistischer abgebaut wird, den Baum, wenn man den im echten Leben abbaut, dann kippt er auch um und ne, und so, das ist doch Bescheid. Dann nehmen wir jetzt mal hier ein Arschwollholz mit und dann dürfte es keine Probleme mehr finden. Soweit ich weiß, haben wir noch Steinchen im Ofen, damit können wir dann schon mal den Grundriss für das Haus erstellen, damit wir hier langsam aus den Pulten kommen. Und direkt loslegen, mit einem schönen, epischen Zuhause, für mich und meine Freunde. Ja, so, hier sind ein paar große Bäume, aber hier sind keine. Dann nehmen wir mal auch mit und alles was Holz ist, was wir hier gebaut haben. Den Platz haben wir. Wenn der Timmermatt voll ist, dann gehen wir zum Pulten. Was ist denn das im Metallhof? Holz, Donnen, Ding und Eisen? Halt hier. Mann, Mann, Mann! Zauerschön viele Bäume, es gefällt mir. Dschungelbaum wäre jetzt nice und da sind wir voll ja das Icon weg und für das kann das ja was nehmen wir denn jetzt weg eine erde das wolle glaube ich oder das ist wolle scheiß auf wolle wolle wird überbewertet haus haus so aber hier ist das noch nicht voll so und da ist auch noch so ein Baum nehmen wir auch noch mit und dann für den Garten rechts ab nach hause wo ist die Tür hier Stein können wir gleich mal da das hätten wir auch so erstmal alles hier rein den Apfel behalten wir das Leder kann da rein die Eimer können da rein in den Kisten machen wir uns gleich mal noch ein paar neue der Sattel Schwarzpulver Kakaobohnen Weizen können wir uns gleich mal ein paar schöne Brötchen machen dann brauchen wir uns mal noch einen Ofen und dann können wir mal mit Eisen da reinballern und das wir rein Ähm ja also essen gib gerne Wins oh es ist dunkel Schlafen. So. Neuer Tag, neues Glück. Die Anführholt brauchen wir erstmal eigentlich nicht. So. Das kann hier komplett rein. Okay, okay, okay. Daraus machen wir dann noch Glas. Erde kann da auch rein. Ja, da füllt sich unsere Kiste schon ganz gut. Eisen. So. So. Und dann. Zack. Und dann machen wir uns erstmal alles ein bisschen schöner. So, was brauchen wir? Eisenspitzhacke. Ähm. Eisenschwert. Äh. Äh. Eisenschwert. Äh. 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 Da werden wir auch so bald keinen neuen mehr brauchen. Also zumindest nicht so schnell. So. Was brauchen wir denn noch? Schön ist ja eine Rüstung. Können wir uns ja mal machen hier wenn das hier durch ist. Genug Eisen haben wir ja jetzt. So. Dann machen wir das ganze mal so. So. Dann machen wir das ganze mal so. Genau. Ein paar schöne neue Turbo Trader. So. Dann fehlt uns jetzt noch ein Oberteil. Und dann müsste es das gewesen sein. Ich werde mal das TMI ausblenden. Wo waren das? Wo? Da. Weil das brauchen wir eh nicht. So. Ja. Das dauert doch schon wieder ewig hier. Toll. Ein Stein. So. Was können wir da jetzt rein machen? Halt. Erst den Stein. Schneller. So. Und dann das Fleisch. Dann machen wir das. So. Dann machen wir das. Dann machen wir das. So. Dann machen wir uns noch eine neue Mütze. Wenn das hier alles mal ein bisschen schneller gehen würde. Wir haben doch keine Zeit. Na ist Quatsch. Wir haben Zeit. Ja. Ist egal. Es kann jetzt warten. Nein. Kann es nicht. Ich will eine neue Mütze haben. So. Wie war denn das jetzt? So. Zack. Alles klar. Dann haben wir das jetzt. Mal. 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 zum nächsten Part. Tschüss!